ich kann mir vorstellen wenn es so ist wenn das gebiet so groß ist das wassergebiet es ist wahrscheinlich nur den weg gehen muss was anderes war ja wasser nicht ich hab gleich den spawnki gefunden ich kann direkt hier rein wenn ich das wollen wenn ich das tun wollte muss das mich in ruhe wissen was denn ok ja Ah, Lehmtumpe, trotzdem ein bisschen aufs Becken. Mensch, halt lassen die Müsse mich in Ruhe. Oh, das ist ja krass. Okay. Hier krieg ich auch nochmal Attacken, interessant. Das ist wirklich interessant. So ein Heider-Pick, wo er halt geht. So. Wir gehen weiter. Okay, der Fisch. Verfolgen sich jetzt alle. Na, mega kacke. Okay, nichts. Wir gehen weiter. Bin ich jetzt zurückgegangen? Ich bin zurückgegangen. Alter, ist das scheiße. Oh, der kann schon mal ganz rausgehen. Boah, das ist ja mega kacke. Also wenn man ins falsche Reis rausgeht, also reingeht, geht es mal komplett raus. Okay, das ist ja mega kacke. Okay. Das ist nur ein A-Rang. Okay. Ich denke mal, dass ich dann mit dieser Attacke ein Monster wiederbeleben kann. Das ist ja mega krass. Ich denke mal kurz bleiben. Wenn ich da jetzt wieder reingehe, bleiben die da offen. Weil normalerweise ist es ja so, dass ich die Tore, die ich aufgemacht habe, hier schon geöffnet sind. Kann mir ja schnell sein. Ja, 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 die bleiben offen. Das ist doch. Jetzt bin ich schon in Ruhe. Hier ist nichts. Ich bin frischer. Ich bin frischer, mach mir. UIKI, 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 UIKI. Das ist weg? auf jeden fall ich werde gucken ob ich halt noch mal so ein monster ist so ein gegner finde wo ich attacken kriegen kann das ist meine intention gerade dahinter hier über ein zu gehen aber anscheinend ein klares nein jetzt bin ich auf der anderen seite ach so stimmt ich mir das andere ding reingeladen hinten in der ecke alles leine stimmt 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 das ist ein komischer punkt hinter dem heilen das nehme ich mit und das geld haue ich weg das geld brauche ich nicht damit kann ich mich einmal der mp voll heilen allein monster schon kriegst du sie mich noch auf drei oder so das war nicht so was zum heilen wahrscheinlich wäre es in der flasche wo nicht so was wir hier äh den key habe ich schon mal okay jetzt bin ich gut was 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 ist was ist was was würd ich sagen, ne? Ein paar Monster müssen sich ja noch weiter weggehen. Deswegen rein da. Das ist nicht effektiv. Das ist nicht effektiv. Ah, da muss ich jetzt durch, auf jeden Fall. Ist ja schön. Das ist ja kassel. Ein Baum. Ich frage mich als Stelle, ob es wieder ein Monsterkampf wird oder ob es ein Zehnerkampf wird. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es ein Monsterkampf wird. Oh, das wird ein Trainerkampf gegen alle, die ich unterwegs betroffen habe in Ebene. Was ich mir aber nicht vorstellen kann, U-1000. Wieder ein Gegner, sehr schön. Schön, dass wir quasi den... Das ist, by the way, die letzte Form von dem fliegenden Fisch. Äh, dass wir quasi den Typ, der sich Monster vorhanden kann, quasi wiederrede geben. Niedlich. Überlebt zuvor noch. Niedlich. Niedlich. Skillblock. Schade. Mal gucken, wir über... Äh, wir müssen... Ne, okay, der überlebt noch nicht. Alles klar. Oder? Doch, der überlebt noch. Ehrlich. Dann darf jeder mal draufhauen. Dann darf jeder mal draufhauen. Also, das dreht sich ja nach vorne. Ganz, ganz komisch. Muss ich sagen, an der Stelle geht's ganz komisch. Wahrscheinlich gibt's hier ja nur eh einen Weg. Jetzt bin ich wieder raus. Willst du mich verarschen? Oh, Mann. Ist das belastend. Oh, das ist ja mega kacke. Okay. Ey, der Ding ist ernsthaft hier. Du hast ja irgendwie den Plan so, dass du durchgehen kannst. Und dann... Nee. Arschlecken. Traurig. So, ich geh wieder hier rein. Ich hoffe, eigentlich muss es ja hier auch einen zweiten Gang geben. Komm, flieg. Ich brauche schon ein Spezial-Key, um das Ding zu öffnen. Ich brauche schon ein Spezial-Key, um das Ding zu öffnen. Okay. Es ist richtig gewesen? Ach du Scheiße. das ist krass das ist richtig krass dieser ist ich kann alle mp heilen das ist ein bisschen sexy muss ich sagen an der stelle oder muss ich den special key holen um dort weiter zu kommen weil es hier keine möglichkeit gibt ich brauche den special key es gibt keinen anderen weg ist das eine scheiße könnte das der way to go sein ich denke schon fast ja zwischen so weit gehen sollten wir auch nein die maus gefallen nein mein kuschka mehr ja 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 das war es am Anfang ja 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 ich habe es ein special key und dann komme ich dort unten hin und dann bin ich rein theoretisch müsste ich dann beim boss raus kommen rein theoretisch jetzt muss ich irgendwo hier den special key aufdremen dass ich hinten rein komme ich mache einfach alle monster platt die hier sind ja ja ich mache einfach alle monster platt ja der special key muss ja auf dieser ebene sein ja anders geht es ja nicht anders geht es ja nicht oh gut geblockt nicht schlecht wenn man auch lebt wenn man auch lebt die attacke macht leider zu wenig dass es es macht und beim nein sonst wäre das sonst wäre das mal nicht sonst wäre das nicht so schlecht auf jeden Fall muss ich sagen wenn man hätte ich ja habe hier hier ich hier 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 Ich weiß nicht, dass es nicht so ist. Aber ich glaube nicht, dass ich das letzte Mal habe. Ich glaube nicht, dass es nicht so ist. Ich weiß nicht, ob das Ziel ist. Aber ich glaube nicht, dass es nicht so ist. Ich klau einfach mal die MP, die Schweine, das ist ja mega scheiße, weg mit dir! Hm. 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 Ich stebe die, die ich nicht die Blitzrate höh-höher. Hm. Doch nicht. Ich frage jetzt, kriege ich diesen Schlüssel in so ein Gebäude oder kriege ich das nicht in so ein Gebäude? Ja. 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 Die Möglichkeit habe ich nicht an der Stelle. Krass. Ja. Der klaut Läden und MP. Was für ein Arsch. mega scheiße ja 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 Und Batz. Gehen wir zurück zu... Oh, hier ist noch Rinner. Und hier danach? Nee, das kann ich mir doch vorstellen. Das kann ich mir doch vorstellen. Lass die einfach nachspawnen. Das kann ich mir doch vorstellen. Und dass das Flächelschlüssel auf einer komplett anderen Ebene ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich war üblich. Bei den ganzen Inseln, wo ich jetzt war, war ich überall drin. Oh, da hätt ich den erst anklicken müssen. Das ist quasi freigeschalt. Ich krieg. Scheiße. Ich kriege. Ich kriege. Ich kriege. Ich krieg. Ich krieg. Ich krieg. Das ist halt alles. Das muss ich jetzt schon nehmen können. Da drüben ist ja auch nochmal ein Gate. Oh nein, ich muss wirklich jetzt Zinsel Zwinsel und den Special Key suchen. Das ist schon ein bisschen kacke. Das kann ich wegkaufen. Das wird niemals funktionieren, bis der Gegner einschläft. Full-Heal-Book, ach du heilige Scheiße. Das kann nicht sein. Was ist denn der Fisch noch hier? Wie bist denn du gespawnt? Mein junger Padawan. Boah, schöner Quilz. Ich treffe mich nur Magie an. Ja, das ist trotzdem scheiße. Ich muss wirklich das scheiß Ding suchen. Okay. Da muss ich keinen oben reingehen. Hm. Auf der Suche nach den Special Gealed Blade. Ach nein. Das ist anders, wenn das hier so ist, dann wird es wahrscheinlich bei den anderen genauso sein. Mann, ist das belastend. Oh, wieder fast voll. Ich lass mich überlegen. Ich hab gedacht, der Schotter zieht irgendwie komplett alles durch. So wird das nicht passieren. Muss ich leider sagen an der Stelle. Die Schmitte. Na ja, klappen können. Gut, wieder auf meine See. Oh Mann ey. Gut, wieder auf meine See. das macht ich das ist sehr 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 ja krass der komplett irre und 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 Ich geh schon an das andere wieder bei einem.